ich bin einer von drei partnern in unserer in unserer firmengruppe markenkonstrukt wir haben das unternehmen also alles fing mal an mit einem unternehmen dann wurden daraus mehr wir haben 2007 gestartet also werden jetzt elf jahre und beschäftigen uns mit dem thema markenführung und digitalisierung das heißt wir helfen menschen und unternehmen dabei eine marke aufzubauen entweder eine personal brand oder eine corporate brand und die herausforderung der digitalisierung als chance zu begreifen wenn man die frage was ist denn der sinn deines lebens ich hatte es vorhin schon gesagt ist eine große frage ich finde oder meine antwort immer auf diese frage ist die ich mir natürlich auch oft stelle möchtest du mir erfahren von meinem in bio gast dann melde dich jetzt an so 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 so